Wir haben ein weiteres Rank-Game gefunden und hoffentlich ist mal die Loose Streak langsam vorbei, weil es ist ja schon nicht mehr lustig da, die ganzen verlorenen Spiele, das ist nicht toll. So, prefer, warte mal, geht nicht, prefer top or support, can fill all except jungle, oder junglerino, wie der das da so ausdrückt, so wunderschön, da muss ich fast weinen, weil er das so schön sagt, junglerino, Samana One ist nicht AFK, der hat nur nachgedacht, was er banen soll, Kassu den ban, Gott sei Dank, bitte, den wollen wir nicht haben im Ranked. Morgan ist auch kacke eigentlich. Schauen wir mal, ob wir Braum anzocken können, aber ich glaube, der wird noch gebannt, der wird noch gebannt, oh, jetzt ist er gebannt. Soll ich supporten oder soll wer anders? Kann er mir Thresh picken? Nehme ich allerdings wieder Exhaust. Da Poppy, Poppy. Poppy pick, alter, so troll. So troll. Okay, dann nehmen wir natürlich wieder meine Support Runenseiten. Und hoffentlich kann ich mit Thresh wieder mal ein bisschen abgehen. Ich habe ja neulich einen Kommentar gelesen, der hat mir empfohlen, eher nicht mehr Thresh zu spielen, weil ich die ganze Zeit nur ablose mit dem. Aber, ja. Triple Swap, uh, das ist gefährlich in Ranked. Also, den Ranked und Triple Swap zu machen ist schon ziemlich, ziemlich hart. So, aber der will Y haben. Gut, dann geben wir ihm halt Y. Because Y not? Okay, der war schlecht. Ja. Triple Swap. So, Scrooley. Mit oder Top? Uh, gegen Timo. Timo ist ja ein... Okay. doch nicht Timo? Ist das nicht schön, wenn ein Team so sagt, I don't care what to play, whatever you play best. I don't care, just pick something. Das ist halt zu nett. Dann muss man sagen, okay, ich geh Toplane, ey. Ich bin der beste Toplaner in der Welt, ja. Dann muss man so sagen. Nein, wenn man das so sagt, dann wird man schon gleich mal reported in Champions Select, obwohl das gar nicht geht. Leute. Pick mit Yasuo. Achso, der ist Midlane. Yasuo Open. OP. Mit Wai. Geht schon. Wahrscheinlich hat er den nicht. Wahrscheinlich hat er keinen. Oder sie haben es doch. Gut, also eher... Wenn die zuerst traden, kann ich nicht traden, nämlich weil ich hab ja so nicht. Gut, ich hab schon alles ab... abgesettet. Wie sagt man da? Aufgesetzt. Das weiß ich was. Uh, Lee Sin Jungles. Blitzcrank hat auch einen Knockup. Muss ich mir merken für Yasuo. Aber Thresh hat auch einen kleinen Knockup. Also wenn ich mit Thresh eh mache, kann er ganz kurz, kann er reinspringen dann. Gut, eingeloggt. Ich trade da für meinen Thresh. Er trade da für den Yasuo und fertig. Also das ist... Leute, das solltet ihr normalerweise nicht machen. Mein Tipp an euch. Swappen ist schon gefährlich, ja. Aber Triple Swap in Ranked, das kann extrem schief gehen, ja. Das ist eine kurze AFK, hat vergessen, dass er wenn ich traden muss oder so. Und dann passiert eben sowas. Was nicht passiert ist jetzt Gott sei Dank. Aber ich meine, dann kann eben sowas passieren, dass man extrem am Abkacken ist, ja. Und die Leute dann extrem ausrasten. Ist mir schon oft genug passiert. Ja. Gut, ich habe jetzt hier nur Goldleute im Team. Ähm, mit Goldrahmen. Die sind alle Platten, trotzdem keine Sorge. Aber ich spiele gerade so schlecht eigentlich momentan. Das verdiene ich eigentlich nicht anders. Ist das... Ist das eine Karma... Was hieß denn das? Ist das Karma Blitzcrank Botlane? Und Trisana Midlane? Oder ist das Midlane Karma? Ähm, interessant. Ich schaue mal kurz auf... OPGG. So, da schauen wir mal Tethos. Und dann schauen wir mal, ob der im Game ist. Okay, ich bin hier im Game mit... Wow, da springt gerade alles rum. Okay, nein. Die Karma ist in der Platin-Promo gerade. Die hat eins verloren schon. Die möchte mit ihrem Platin-3-Buddy, mit der Airelia anscheinend da abgehen. Okay, aber jetzt, worauf ich hinaus wollte, ist... Runen, Seiten und Masteries. Die Karma ist... Warte, die Masteries. Bei den Masteries sieht man das immer sofort. Die hat 20 Punkte im offensiven Baum. What the hell? Die hat nicht alle Mastery-Punkte verteilt bis zur Schaut. Die Tristana ist eine normale Attack-Damage-Tristana. Das heißt, die dürfte Bot sein. Wahrscheinlich Tristana und Blitzcrank Botlane. Das ist komisch. Warum hat die nicht alle Punkte verteilt? Vielleicht ist das nicht irgendwie sich rechtlich ausgegangen, weil die hat noch vier Punkte übrig da. Ich mag das gar nicht zeigen, aber so ist es. Laut OPGG der Website. Whatever. Whatever, ja. Wir werden da schauen, ob wir da was reißen können. Wir wollen ja mal wieder gewinnen. Ich meine, ich sage es für sie ist, aber immer nur verliert. Dann hat man einfach eine geringe Motivation. Ich nehme es zu sagen. Ich fange dann mit dem Ruby Crystal an. Okay. Die werden da wahrscheinlich jetzt alles worden und dann... Jetzt können die theoretisch da schon ein Wort hinsetzen. Weiß ich, ob das so eine gute Idee ist. Haben wir ein gutes Level 1? Schauen wir mal rein. Schnell ich in... What the fuck in Weden, die... Oh mein Gott. Ich bin zu fett. Ich nehme noch keinen Crew. Schnell ich ist da jetzt gar keiner. Loool, Dead Flash. Nice. Okay. Ist nicht wert, dass wir da bleiben. Geht's einfach da hin. Zum Red Buff, würde ich sagen. Weil der kann da theoretisch dann einfach hucken und dann ist schon ziemlich mühsam. Jetzt habe ich Hook-Level-Lines, das nicht so gut ist fürs Pushen, aber... Was soll's, ja. Ich werde da wahrscheinlich... Hier bleiben. Dead Board. Hängt da ein bisschen für den. Und der kann reißen, wegsmeiten und passt. Yo, up in the lane. Ja, so schnell wie es geht. Ich gehe da den Weg, obwohl es gefährlich ist. Oh, nein, nicht bekommen leider. Uh, Dead Dodge, Alter. Das war... Wie knapp war das bitte? Schön pushen. Oh, zwei Seelen, die muss ich haben. Die muss ich haben. Gut, ich hab drei Pods. Und wenn wir Level 2 zuerst sind, dann kann man hier leicht reingehen. Oder auch nicht. Okay, der ist geflasht. Ich hab noch HP-Pots. Ich kann nicht reingehen eigentlich. Vielleicht so wenig HP habe, aber das war schon mal gut. Blitzkrieg. Gut. Und den zweiten Pod hier. Oh, oh. Das war schlecht von mir. Oh, mein Gott. Hat er dann ein Board drinnen, oder was? Jetzt hab ich auch keinen Flash. Das war übelst kacke, ja. Ich hab nicht mal den Hook bekommen auf sie. Aber selbst wenn, war das ziemlich schwierig gewesen, da irgendwas zu machen. Okay. Okay, noch mal. Ich bin der Pfarrer der Welt. Noch da hier. Aufpassen, weil ich kann noch nichts kaufen, wenn ich jetzt sterben würde. Oh, da ist der Pantheon. Ja, wenn die den töten und er das nicht weiß, dann wäre das super nice. Uh. Da ja, so wird er umgenugt, leider. First Blood. Aber sie haben ihn doch eh gesehen. Warum haben sie da so komisch gespielt? Relax. Just let go. Yeah. Sauber gemacht. Das war wunderschön. Während dem Dings halt geflayt. Also während dem Rocket Jump, das war eben das, was ich vorher noch nicht erwähnt habe. Ich wollte es aber sagen, ich habe es mir gedacht, aber nicht gesagt. Eben während dem Rocket Jump, wenn ich da den Flay setze, ist es super toll, weil dann eben es nicht wegkommt. Und jetzt becken wir im besten. Nochmal, 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 einfach becken, Leute. Kommt. Braucht er noch Geld? Ich habe nämlich jetzt schon genug Kohle für den Sidestone, den ich mir natürlich jetzt gleich hole. Ich habe noch eine Sweeping Lens. Und Boots wären auch nicht schlecht. Er fängt jetzt eh schon. Ich habe zwar keine Pods. Ja, aber Boots sind ziemlich stark auf Thresh, weil Movement Speed ist einfach ideal auf ihm. Gegen das Team, Roam Boots, hm. Ist die Frage, ob vielleicht nicht andere Boots besser wären. Zum Beispiel eben Mercury Threads gegen die ganzen CC-Effekte, die die haben. Da Blitzcrank, Silence, Blitzcrank, Knockout, Blitzcrank, was weiß ich, was alles. Das ist gefährlich, ja. Oh, Blasthitten, komm schon. Okay. Jo, Midlane ist ein bisschen... ...bisschen gefährlich gerade. Da die Karma, trotz dass sie keine Masters hat, geht da ziemlich ab gerade. Das heißt, wir müssen da ein bisschen in der Boat Lane vielleicht mehr machen. Ja. Dann eben das Schild, damit er da ein bisschen den Dodd nicht so abbekommt. Gut, ich werde auf jeden Fall noch hingehen und da ein Wort hinsetzen. Okay, hier ein Wort. Und dann wieder back in die Lane. Ein Wort heben wir uns nach auf, quasi im Sidestone. Wow, da ist der Pantheon, wie es ausschaut. Der ist Level 6. Der ist Level 6, der Pantheon. Oh, der ist so Goldsteep schon wieder. Der ist tot wahrscheinlich. Okay, da ist er. Der hat seinen Flash auch wieder ready. Der Blizzcrank wahrscheinlich gleich. So. Die Seele wollte ich mir so gefahrlos wie möglich holen. Der Autotag rein. Und geht schon. Der kann da auf jeden Fall bei ihm sein. Er sollte da nicht so aggressiv spielen. Auch wenn er jetzt irgendwie Carrying möchte. Die hat aber ihr Live-Steel schon, wie es ausschaut. Okay, all innen. Geht schon auf den. Müssen trotzdem aufpassen. Wow, ich nehme schon Schaden eigentlich. Muss ich ein bisschen aufpassen. Oh oh. What the fuck? What the fuck geht ab, bitte? Das war gerade so behindert. Ich hätte zuerst flashen müssen. Ach Gott. Das war leider nicht ideal. Oh, nice. Nice dodge. Loll, bis er rentet er nicht. Also die Vi hat leider noch keinen Impact, leider. Die hat noch 0, 0, 0. Ultimate hat sie zwar, aber Double buff auch. Kann er irgendwas machen? Ich glaube, die helfen dem jetzt halt. Das ist aber richtig irgendwie. Hm. War klar, dass sie das macht. Nice, 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 nice. Rome. Wunderschön. Oh, da geht wer. Ah ja. Oh je. Es ist halt Hook City und so. Ah je. Aber der geht ja auch noch down, Gott sei Dank. Shutdown ist sehr nice, dass wir da was kriegen. Gut, da haben wir noch ein schönes gekriegt. Einen Flash. Minute 11. Also 5 Minuten dazu sind 16. Oder dann nix kaufen, holen wir einfach noch einen Pink Ward und dann geht's schon wieder. Und back to lane. Gut, leider kriegen wir da die Wave. Die pushen so hart. Ein Minion ist weg. Die beiden auch noch wahrscheinlich. Die anderen kriegen wir hoffentlich noch. Also Blitzkorn hat jetzt keinen Flash. So. 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 Ich habe aber gesagt, dass die SS sind alle. Dragon ist noch ab. Ja, Yasuo. Überlebt das. Sehr nice. Gut. Wenn wir da noch ein bisschen Hell kriegen, dann haben wir die. Ah je, oder auch nicht. Wo sind die ganzen Leute? Warum? Ist der Taubling, obwohl das nichts bringt? Was macht die da? Die Weih ist irgendwie nicht so gut dabei. Was macht die da? Oh je. Ja, die Weih ist nicht so gut unterwegs. Er hat auch kaum Pressure eigentlich. Weiß ich, warum sie top immer ist. Was will sie machen mit einem Malphite, der full tank geht? Vor allem gegen die Irelia. Ich meine, was willst du da machen? Oh je. Nee. Obola. Jetzt haben wir das gestohlen. Wir können da viel mehr machen, aber es ist halt ein Problem. Dass die Uwe invaded wird. Und jetzt schließt wahrscheinlich. Ja, GG. Da ist die Dings auf jeden Fall. Oh wow. Kein Ulti? Leute, was habt ihr bitte für Probleme? What the fuck? Bitte sagen wir, dass der stirbt. Immerhin. Gut. Gut. Boots. Also soll ich mir vielleicht was anderes holen? Ninja Tavi. Weil die haben schon so viel Damage. Nein, Ninja Tavi find sich nichts. Rom Boots für die Pressure. Der Dings ist weg. Und er hat fünf Tode. Brauchte sie nicht wundern. Ich bin ein Unter dem Bogen. in einem Blattfest. Das hat sie. Na Na Geh. War echt zu Langsam. Mit meinem Flay. Mit einem Wort hin. Oh Gott. Oh mein Gott. Too much. Sehr schön. Oh shit. Das ist nicht gut. Oh mein Gott. Der Teleport. Was machen wir da am besten? what the fuck? Die dive da alles so? Oh mein Gott, where we're based. Weiß ich auch wie wei spielt so seltsam. Ich bug mein Leben nie. Ich noch ein bisschen cool an mit action. Geh doch back, du bist allein gegen den und freckst nur. auf die Irelia kommt zu ihm wahrscheinlich. Da ist die Irelia. What the fuck? Alter, ich verstehe das nicht. das nicht. An enemy hat been slain. Die eternity we shall spend. Enemy killing spain. An ally has been slain. Oh Gott ist prinsen. Schaut schlecht aus, die haben Late Game nämlich da die beiden und die sind, okay, die ist nicht Late Game, aber die sind beide ziemlich fett. Tristan hat eh zwei Tode, ich meine, die Weih gankt alle einfach extrem schlecht, wenn wir nicht fällig sind. Oh, mein Gott, ich bin auch tot. So schwachsinnig. Ich gehe also gar nicht in Range. Oh, der hat nichts, wow. Der muss wegflasht, sonst ist er tot. Ich gehe noch weiter drauf. Jetzt macht sie, ist das, warum macht sie jetzt Ulti, sie kann eh keinen Toten alleine. Blubuff, nice, nice. Warte, hell, habe ich mir nicht voll HP. Der Ring ist auch weg. Der Motion geht bei mir. Ich habe auch fünf Tode, das war auch so schlecht. Aber was willst du machen, wenn der Pantheon 10.000 Kills hat? Auch weg. Den Worten habe ich nicht wirklich viel. Und weg ist er. Oh, lol, und er geht nie rein. Ah, doch jetzt. Nice. Okay. Nehmen wir hin. Wir werden alle back und nicht alleine lassen. Tja, so dumm. Oh, nein. Are we getting it back? Your turret has been destroyed. What is that? Fall schon auch noch mit Dings da. Alter, was fühlt ihr auf? Das kann ich... Alter, das... Botlane war alles in Ordnung. Und die Weiber eh nie Botlane. Aber trotzdem verrecken da jetzt alle. Nehm doch die Lateane! Oh mein Gott. Siehe. Siehe. Storbe, die Siehe. Der Puff 2018. Das war's. Das war's. Ja, ich bin der Bühne unter der Bühne. Ja, der wird jetzt nicht kommt. What the fuck, der geht alleine rein. Keiner Sau hilft ihm. Ja, wer auch. Es ist ja keiner da. Und der Yasuo... Verreckt er halt bei den Minions in der Midlane. Oh, Lost Souls. Hm. Tio. So viel zum Thema... Man muss mal wieder was gewinnen. Red Buff ist auch weg, wo es ausschaut. Red Buff ist auch weg, wo es ausschaut. Red Buff ist schon seit drei Jahren weg. Okay. Oder auch nicht. Ja, das ist halt klar. Ja, der macht keinen Damage. Was macht er da? Wir machen da, weil Baron zu zweit, wie es ausschaut. Wir machen da, weil Baron zu zweit, wie es ausschaut. Oh, der Mark zu mir. Oh mein Gott, die machen alle so viel Damage. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die können ja doch schon längst finischen, weil sie hoffentlich das nicht machen. focus on them is so. So. 3 Inhibitor down? Das heißt, das ist GG? Kann ich mich nicht so ändern. Wie sie halt Nein voten. So wie ich das verstanden habe normal, sind 3 Inhibitor down GG, aber anscheinend doch nicht. Ich bin der Schmerz des Beds. Oh mein Gott, warum macht er das? Ich bin der gar nicht klar. The tanks. Nice. Da ist keiner da, nämlich. Ach Gott. Da ist die Base. Oh, ich bin tot. 10 Tode, Alter. Ich bin hart am Feeden, aber... Was ist das denn? Tio. Sagen wir da am besten, hä? Wie kann man das noch gewinnen? Oh, leid. Der Backdoor hat nicht ganz funktioniert. What the fuck? Was geht ab? Oh mein Gott. Das ist GG. Bitte, mach's das. Vorbei ist es. Und Hydra. Der hat sich an Infinity Edge. Alter, was ist das für ein behindertes Spiel gerade? Slowballed und so weiter. Ja, wieder zurück zu Platin 3, wie es ausschaut. Muss ich noch besser spielen. Ja, back to that shit. Naja, bis zum nächsten Mal.